I am liebsten willkommen zurück zu wir sind überall ist 3 mit einem kleinen kurs der drüben wir wollten ich denke ich bin lassen ich habe den platten beim ob es ja wie viel leben hat der schuss wird uns vielleicht immer ein bisschen abtrennen mit schwer die kommen von überall sollten uns mal anfangen eine kleine base zu bauen obwohl ich das geld war auf screen machen wird die zum bisschen mal ein bisschen aggressiver als normal weg mensch da kann man nix machen zombies jetzt bin ich die spinne um oder was es gibt es nicht ich bin wieder einer das reicht so klar ist es ein riemann ja geht doch tschüss gut wo ich eigentlich zukommen wollte heute weil ich dann in meinem leben noch irgendwann zu kommen sollte ich glaube es wird uns mal ein bisschen absichern und zumindest von der einen seite schon mal nix mehr kommen müssen sie noch absichern und nur noch die blöcke mehr aus die blöcke wenn die mal schrott blöcke werden die genau so sand oder so so die mobs ganz ehrlich so das ist ein bisschen kühlchen bisschen sticks können wir uns mal ein bisschen paar fackeln machen und dann kann ich mit dem anfangen das ich eigentlich machen wollte bevor der blöde blood moon gekommen ist ich weiß schon wie die folge heißt sterben im platten moon oder so ähnlich so ein kleines reich hier bisschen schnauz bisschen regen wir schön so was wollte ich eigentlich machen das kann weg 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 so gut ohne stehen geblieben genau wird das meltry wollte bisschen bronze machen es sind immer drei kupfer und ein zinn wenn wir damit sechs mit neun und drei wohl so viel brauche ich eigentlich gar nicht sechs und zwei ist eigentlich schon zu viel gut oh ich habe etwas ganz wichtiges vergessen brauchen wir noch lava wir kriegen hier zu schnell lava her hallo concussion creeper der da drüber gut ich habe jetzt nicht das bedürfnis darüber zu gehen sehen wir auf der map irgendwo lava nö so diesen berg ähm das ziel kann ich jetzt auch schon löschen dann haben wir nichts von death points von grad gut ich mache ihnen das jetzt zeich keine lava oh denget wieso pfeile also hier rund um mich hunderttausend mobs aha finde ich gut nicht war den bogen mag keine leute die bogen haben er kommt darauf was denn bogen unten auf die jeden treffer bei der dem dem Bonn ist so übertrieben in dem Biom da drüben, das ist schlimm. Und ja, ich glaube, sonst haben wir eh nicht viel Neues. Aber ich bin draufgekommen, bevor wir jetzt mit Tinkers weitermachen, haben wir die nächste Quest mit Magical Crops. Hier einen Weak Infusion Stone zu bauen. Weak Infusion Stone und wie, ja, wir haben einen Dia. So eine ganze Menge Dias. Und acht von dem Zeug. So. So, ein Weak Infusion Stone. Quest completed. Was wollen wir haben? Die oder Coal? Nimm mal die Seeds sind praktischer. Und dann müssen wir noch bauen Fire Seeds, äh, blödlich hab die Quest wieder vergessen vorzulesen. Beschaffen Sie sich die Basics für Magical Crops. Bauen Sie, bla bla bla. Was? Rohstoffe als Pflanzen? Probieren Sie es aus. Fire Seeds, Earth Seeds, Water Seeds. Äh, Seeds. Äh, Seeds. Oh, Seeds. Hab ich, oh, einen. Wow. Holy shit, hab ich viele Seeds. Wow. Die Frage, wie, schaffen wir uns am schnellsten Seeds? Krass, oh, Iris wollte ich jetzt nicht. Oder wir machen uns eine, ah, ne, Hau geht ja nicht. Hm, vielleicht in einem Madhawk. Da bin ich zu faul für. Na, wir gehen Gras schlagen. Wohl hohes Gras ist ja wieder was anderes. Da kommt ja wieder was anderes raus. Water Anti-Jock. Nein, danke, Witchery. Nice try. Kannst du diggen? Das braucht jetzt auch nicht unbedingt. Wir brauchen mehr Gras. Hm, Gras. Schau mal da raus. In das andere Biom. Da scheint es ein bisschen grüner zu sein. Als hier bei uns zu Hause. Genau, hier finden sich auf jeden Fall mehr Seeds. Woow. Ups. Sollten wir anfangen eine Treppe zu bauen. Das wäre gleich eine ganz coole Idee. Das brauchen die ab. Hm. Seeds. Offenweise Seeds. Da kriegen wir auch Essenceeds. Hm. Hm. Oh, ist ein Schaf. Tall Flower. Sehr brutan. Ja. Ich werde mal die ganzen Seeds aussortieren. Die wir nicht brauchen. Ich glaube, drei brauchen wir. Wir haben drei. Cool. Ich hätte noch gerne eine mehr, um den anzupflanzen. Ganz cool. Ich glaube, ich muss noch mal cutten. Also bis gleich. So, nach dem Cut kann ich jetzt hoffentlich die Folge irgendwann mal beenden, ohne noch einen Cut zu setzen. Schon sehr anstrengend alles. Hm. So. Wir waren hier bei den Earth Seeds. Genau. Brauchen wir nur vier Dreck. Jetzt mangelt es denn Dreck oder was? Eins, zwei, drei, vier Dreck. So, Earth Seeds. Dann noch Water Seeds und Fire Seeds. Oh. Vier Lava Eimer. Holy Shit. Ähm. Ich baue die Eimer wieder aus Zink. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe. So, Zink und Water Seeds sind vier Wasser Eimer sein. Okay. Das ist die Quest. Können wir gleich noch abschließen. Die Schmelze. Genau. Die haben wir auch fertig bis auf den Casting. Bessin. Das heißt, wir brauchen noch ein paar von denen. Gut. Wenn das fertig ist, können wir die Schmelz-Quest machen. Oh, da kriegen wir Lava Buckets. Oder Pricks. Dann sparen wir uns das runtergehen. Kriegen wir vier Graz Eimer. Dann kann ich das Zink sonst wahr. Jawohl. Könnten wir uns ja noch ein Eimer machen. Eine Schere wird auch gehen. Brauche ich nicht unbedingt. Was gibt es da? Work Table. Work Table. Ein Buch. Sollten wir jetzt ein Buch hernehmen? Haben wir Lieder? Ah, wir haben keinen Sugar King. Genau. Okay. Spann auf den Bessin. Gut. Casting Bessin. Wir nehmen die Lava Eimer. Boah. Wir nehmen jetzt viel Lava Eimer. Aluminum Brass. Casting Table. Kein weiß ich wohin. Stell dir mal da hin. Was war das? Handful of Worms. Okay. Tschüss. 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 Gut. Übrigens. Vorher beim AFK stehen hat mich eine USA-Kacke gekillt. Jetzt. War auch cool. Gewartet bis die... Bis meine... Ich habe im Hintergrund noch Videos geändert. Bis die fertig waren. Dass ich wieder weiter aufnehmen kann. Bin ich jetzt bei AFK gestanden. Dass ich meine Picke reparieren kann. Mit Moss. Auf einmal kam so eine Übersorgung jetzt. Um die Ecke. Ja. War nicht ganz so cool. Von der. Ich wollte nicht mal zwei Wasser. Dann können wir uns gleich eine unendliche Wasserquelle auch machen. Gut. Du, 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 du. So. Das heißt... Wir brauchen Wasser. Wo gibt es hier Wasser? Das sind so Wasserflecken. So. Wir gehen zu einem der Wasserflecken. So. So. Vorne rechts sollte hier noch sein. Laut Minimap. 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 Ich brauche mehr Essen. Sollten wir vielleicht was zu essen anpflanzen. Das wäre eine Idee. So. Wasser, Wasser, Wasser. Uh. Tinkenpussis. Token nämlich auch was zu essen. So. Und ich würde sagen, damit wir jetzt nicht zurücklaufen müssen, ich tippe mich einfach zurück. Base, teleport. Gut. Irgendwie hier unsere unendliche Wasserquelle hin. Gut. 1. Hatte ich... Ah, da ist der zweite. Jetzt dachte ich mir schon. Gut. Wenn Dreck und das ganze Zeuge wegpacken. So. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Hier. Perfekt. Dann brauchen wir Water Seeds. Gut. Oh. Die Wasserhäuser funktionieren eh nicht mit N.I. Was ein Wunder. Diese sollte N.I. auch mal richtig funktionieren. Das wäre mal was ganz Neues. So. Wo waren wir? Yay. Wir wollen... Kau-Soul. Also nochmal Kau-Soul Seeds. Kau-Soul Seeds. Oh, das ist eine strong Essence. Dann auf jeden Fall. Gut. Up in den Nether. Oh. Hm. Okay. Nether finde ich jetzt nicht ganz so toll. Kuh-Kühl. So. Wir brauchen eine Kiste. Für die Magic Crops. Shit. So. Funktioniert ja eigentlich eine Ho. Das wollte ich gerade auch schon ausprobieren. So. Wir brauchen Sticks. Und das. Funktioniert die? Yes. Jetzt brauchen wir dort. Wir dort. Dort, dort, dort. Genau. So. Lieber das da ein bisschen wegbauen. Gut. Glaube ich mir noch ein bisschen Dirt. Bauen wir gleich irgendwas anderes hin. So Sand oder so. Wenn ich Ruhe von diesen blöden Mobs habe. Ja. Ein Dreck war noch cool. Cool. Egal ob ich Cobblestone einstecken. Der. Der macht die Arbeit genauso gut. Wir können da trotzdem noch drüber hüpfen. So. Dann können wir hier das Ganze ein bisschen umackern. So. Fire Seeds. Earth Seeds. Cow Soul Seeds. Dye Seeds. Was haben wir sonst noch? Water Seeds. Jetzt hat schon wieder kein Dirt mehr oder was? Ähm. Ich würde die irgendwie gerne nebeneinander haben. Tauschen die zwei Blöcke kurz aus. So. Und so. Keiner Magic Crops Garten wächst. Ach. Ich hab irgendwie voll Spaß in dem Projekt. Finde ich cool. Nur du hast was Neues. Gut. Oh. Ich brauchst was zu essen. Ich brauch irgendwas zu essen. Ja. Ja. Bisschen Kebab. Ja. Gut. Das wächst. Schauen wir mal weiter was die Quests sagen. Ab in den Nether. Können wir. Weil jetzt sind wir gerade in Magic Crops ein bisschen drin. Nützliche Samen. Dye Seeds. Craften. In diesen Seeds müssen sie nie wieder Blumen pflücken gehen. Nicht überzeugt. Probieren sie es aus. So. Uh. Wir kriegen Essence Seeds. Okay. Da haben wir unendlich Farbstoff. Und hab ich hier die Quest vorgelesen. Es wird Zeit für bessere Werkzeuge. Genau. Bauen sie ein Nether Portal. PS. Viel Spaß beim Sterben. Genau. Ist in der Dach Quest. Gut. Ich würde sagen wir bauen ein paar nützliche Samen. Dye Seeds. Das sind einfach viermal irgendeine Farbe. Ich sollte nur viermal Inksegg haben. Yes. Genau. Viermal weak. Und. Lasst sie. Ah. Jetzt ist wieder keine Seeds oder was. Dengit. Wow. Das guckt Mattenviel wert. Alter. Genau. Ich mach hier mal noch eine Kiste nebenhin. Das Zeug. Das Zeug. Irgendwas. Das kann weg. Ich sag das kann weg. Gut. Dann gehen wir noch ein bisschen Gras pflücken. Wir gehen Blumen pflücken. So. Ich würde sagen. Ich mag Magical Crops irgendwie. Auch wenn die Version nicht mehr so AKP ist. Gibt es eigentlich auch wieder die. Ähm Essence. Irgendwas. Was. Da gibt es wieder die Essence Armor. Cool. Cool. Die gibt es ja wieder. Geil. Egal. Wir haben bessere Armor. Die Mad Pack Armor. Die typische. Oh. Man sieht. Das kann alles weg. Jetzt irgendwie T-P in uns wieder hoch. Das geht einfach schneller. Und ist nicht zu langweilig. So. Jetzt plötzlich noch mehr. Anbaufläche. Oh. Da hab ich noch eins. Cool. Das kann ich hier sogar in Sie. Nein. Oh. Das ist Badi. Okay. Die Ticker ist reingeschmissen. Okay. Das kann weg. Das kommt drauf in die grünscheißkiste. Das heißt wir brauchen noch Farbstoff und vier Weak Essence. Für das hätte ich gern so ein Work Table irgendwie. Egal. Seed und viermal das. Yay. Noch zwei Diceeds. Irgendwas anders. Setzen wir die Cow Seed um. Mange hier Waters. Oh. Ich sehe sogar was das ist. Cool. Cool. So. Oh. Das gibt da irgendwie mehr. Okay. Oh. Geil. Baummilkantarren. Nicht mein Questbook. Das ist cool. Egal. Ich sollte eigentlich regnen. Äh. Was nehmen wir? Ich nehme mal noch bei Essence Seeds. Essence Seeds. Gut. Aber ich würde sagen. Von der Folge war es das auch schon mal. In dem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Lass doch einen Daumen hoch. Da. Wenn ich das Projekt gefällt. Beziehungsweise diese Folge. Und bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.